Ja, halt die Schnauzerack noch aus. So, wir machen jetzt folgendes. Ich hab jetzt alle Basiskarten. Ich hab jetzt alle Basiskarten. Ja. Ich hab jetzt alle Basiskarten. Endlich. Ja. Hab da auch einen Erfolg für gekriegt. Irgendwie 200 Goldmünzen oder 100 oder was weiß ich. Wir machen jetzt Packs auf. Dann bauen wir uns 2-3 schöne Decks. Und dann machen wir die Solo-Abenteuer. Und dann bin ich geritzt für heute. Ich glaub, dann machen wir zumindest schon mal... So, hör mal. Da fängt das schon gut an. Schwert der Gerechtigkeit. Hier werd ich wahrscheinlich nur 80% schon von haben. Wo ist deine Sexperickel vom Tournament? Das war Max seine. Das war nicht meine. Ich hab ja auch nur für Max vertreten. So, machen wir das mal ganz schnell. Rucki zucki hier. Zuck da wupp. Ja, braucht kein Schwein. Haben wir alle schon. Nur mal rein. Zack, zack geht das hier. Wir brauchen die Legendaries. Die müssen droppen. Die Legendaries müssen droppen. Ich hab auch noch... Das ist hier das Ganze... Würde ich auch noch mal sagen. Ich dachte, ihr denkt, hätte ich mir das gerade die ganze Zeit selber... Ich glaub, die hab ich noch nicht. Ähm, die ganze Zeit hier selber kaufe. Ähm, die Dinger sind gesponsert von Amazon. Ja, ich hab hier eine geile Kooperation mit Amazon. Ist jetzt nicht so, dass sie gesagt haben... Oh, jetzt sagt das tausendmal im Stream. Ich will's nur erwähnen. Weil sich schon ein paar wundern, warum ich hier so heute mit dem Money rumwerfe. Ich würd mir im Leben nicht so viel Packs kaufen, wenn da von meinem eigenen Geld wär. Nur so viel schon mal dazu, ne? So. Also. Episch. Und? Ah, der Bärkrise langweilig. Mehr... Und das ist genau die Erfahrung, die ich mit den Classic Packs immer gemacht habe. Ich habe nie was Gutes aus den Classic Packs gezogen. Nur Scheiße. Oder dann so eine Legendary wie Millhouse... Äh... Was weiß ich, wie der heißt. Wir haben schon zwölf Packs hinter uns. Noch nicht eine Legendary. Schlangenfalle. So. Ja, alle klar. Ihr könnt euch ja schon mal umschauen, was für schöne Decks wir gleich bauen sollen. Ähm. Ach, Leute. Aber das gibt eine Menge Staub wieder. Ich hab's doch schon wieder... Jawohl! Ich glaub, den hab ich schon. Ach, man. Jetzt gib mir doch einfach den richtigen... Ich will Van Cleef und Leeroy Jenkins. Die beiden Legendary's will ich haben. Wenn das jetzt die einzige Legendary war in den Packsern... In dem's... Junt. Do it! Junt. Just do it! Komm mal, die haben sich der Glückwunsch. Auf Wiedersehen für's Subscriben. Geilo. Okay, die habe ich noch nicht. Yay! Ich brauche aber trotzdem die anderen beiden. Hm. Null. Zauberlehrling in Golden. Episch. Gesitzer. Pupizza. Hm. So. So, so, so und so. Bei uns Schäfern ist das so. Es wird knapp, was das angeht. Hm. O Turm der Leeren. Ja, ich weiß, ich muss die nicht reinziehen, aber das ist genau so derselbe Weg wie Leertaste drücken. Okay. Das ist halt genau die Erfahrung, die ich gemacht habe mit sämtlichen Packs zuvor. Ich habe nur bei dem aktuellen Ätter, glaube ich, Glück. Selten. Hosefield Jäger ist auch nix Bundeshaus hatte ich tolles. Ja komm schon Manno Henning hat Chogal erhalten. Ja Ich glaub den hab ich auch schon Oder? Hatte ich den schon? Okay Ne 4 Packs noch und dann Reicht's auch. Dann erstelle ich mir Die die mir fehlen. Einfach mit Staub. Ist mir egal Golden und selten Der Wille Pyroman. Das ist doch schön So zwei Stück noch. Episch Schon wieder hat Schwerte Gerechtigkeit Und jetzt hier letzte Letzte Paket für heute und keine Legendary Nun gut. Nun gut. Dann nehmen wir jetzt Kack der Schurke raus. Das Stück war eh scheiße. Das war auf zum kotzen. Und ich gehe jetzt hier auf die Seite. Hearthstone Heroes bin ich jetzt. Falls euch das interessiert. Und ich suche mir jetzt einen. Was nehmen wir denn? Ich möchte gerne ein schönes Doiden Deck. Ich möchte mir ein Jade Droide machen. So Jade Golem Droide Ah warte mal Henning hatte mir auch gerade was geschickt hier Hier Das ist ein Piraten Krieger Deck. Das ist ein Piraten Krieger Deck. Was er mir da geschickt hat. Jade Schamane. Jade Droide. Fire Beds. Jade Druid. Okay Probably the easiest deck to play if you want to go Legend. Das klingt sehr schön Ich finde die Seite nur ziemlich kacke aufgebaut. Aber das ist ja nicht mein Problem. Gut dann gehen wir jetzt. Ich sehe euren Chat gerade nicht. Das heißt ich sehe gerade nicht was abgeht. Ähm Der Druide Der Druide Ja, der Mann. Der Druide Eigenes Deck Erstellen Und los geht's. Also Innervate Wisst ihr was? Wisst ihr was, Edis? Nee, weißt du was wir jetzt machen? Nein, ach doch nicht. Autofill Stopp Erstmal lösche ich den wieder Ich mache jetzt folgendes Ed ist soweit, oder? Wo kann ich das Spiel auf Das muss ich wahrscheinlich Sekunde mal kurz Sekunde, Sekunde mal kurz Ich stelle das Spiel jetzt auf Englisch um. Es ist der Zeitpunkt gekommen, ja? Auf den ihr alle gewartet habt Ich werde ab jetzt Hearthstone auf Englisch spielen Weil jetzt geht's ins Competitive So Kann ich auch nur Hearthstone auf Englisch spielen? Scannen und reparieren Spieleinstellungen Deutsch Englisch Ich möchte gerne US Englisch Yes, fertig Spielen So Und Hallo Und Es beginnt Alalala So Bitte Wo gehst du jetzt hin? Achso Aufs Bettchen Das ist okay So Also Es ist Deutsch Gut Soviel dazu Äh Beim Battle.net Orchard bei den Optionen Wieso hat das denn nicht geklappt? Willst du mich verarschen? Achso, der updatet das Achso, der Natürlich, der muss jetzt den Sprachpatch runterladen Sekunde Ich war zu voreilig Und fertig Wird abgeschlossen Schlüssel raus Drüber Fertig Kannst du bitte nicht am Stromkabel lecken? Nein, nicht mit dem Kabel springen Geh weg Mach dir einen schönen Tag Ich komm gleich wieder Ich muss nur grad arbeiten Der Papa muss Hearthstone Profi werden Tut mir leid So Jetzt haben wir's Jetzt Jetzt haben wir's Das geht mich jetzt schon am Sack Ich mochte immer die deutsche Sprachausgabe So My Collection Oh Gott, ist das komisch Das ist grad echt so komisch für mich Aber das Das hilft mir halt beim Custom Deck So, los geht's Also Wir brauchen zweimal Innovate Zweimal Jade Idol Einmal Living Roots Zweimal White Grow Wrad Feral Rage Wie oft? Zweimal Ist das schön, dass ich alle Karten hab Jade Blossom Das ist übrigens das erste Mal, dass ich ein Deck zusammenschelle Ohne, dass ich mir Ah, jetzt geht's los Mulch Mulch Hab ich Mulch Wo ist er? Mulch hab ich nicht Mulch Da ist er Wie oft denn? Einmal, Gott sei Dank Nur Gut, dann brauchen wir jetzt 400 Geschisse Das ist eine Investition für die Zukunft Nicht wahr? Zack Äh Mulch Dann Jetzt geht's los mit den ersten Legendaries Fendril Stackhelm Okay, geht nix dann vorbei Fendril 1600 Das tut weh Wir wollen auch mal weiterkommen Ja, wenn ihr euch jetzt fragt Ist der behindert, Alter? Wieso zum Fick macht er sich jetzt Legendaries? Ja Weiß ich nicht So Swipe Swiper Don't swipe Wo ist es? Da Zweimal Zweimal Nourish Das ist soweit Wie viel? Fünf Fehlt mir auch Ne, da Zweimal Jade Behemoth Was sind das für Gott Ich muss sogar jetzt die Aussprache lernen Und Ensign of War Oh ja Oh ja Drei Ah, guck mal hier Patchy Patchy der Pirat Wo ist denn Brann? Wo ist unser Brann? Brann neu Bei drei ist der Da hab ich gehört Brann Hä? Den hab ich doch Da Warum war ich immer da nicht dabei war Defender of Argus Okay Defender Defender So Davon zwei Azur Drake Wenn du nicht das Jade Idol Gegen Okay Chill mal Warte Achso Hier war das Ne Ruhig Hennig Ruhig Habe ich den Jade Spirit Jetzt schon drin Ja Ne Ah ja Ah Schon wieder ein Legendary Die ich wahrscheinlich nicht hab Falsch geschrieben mit J Achso ja Muss ich ja Ah ja Ja das die die ich meinte Also her damit Mean Streets of God Gott gezahn Okay Rein damit Und Gott gezahn Auktionier Damit wäre das Deck nicht vollständig Weil ich irgendwo Ich hab glaube ich nur einen Azur Drachen Genau Gut Do it Just do it Der Druide Ich guck gleich ob das willkommen ist Oder ein Willkommen zurück Sekunde Wo haben wir es So Äh Vier Monate Vielen Dank fürs Resubscriben So Jade Poupade ist damit erledigt Damit sollten wir eigentlich alles wegknallen Und uns an den Weg kommt Und dann Was hat der Was hat der Henning denn da noch geschickt Das war der Dragons Riding on Pirates Was ist denn das für ein Deck Ist das Ist das von Camelan Das Deck Hast du es geklaut Und drehst du mir das jetzt an Weil ich hab das Bild schon mal irgendwo gesehen Hm Da will mich ja wohl einer verarschen Oder nicht Hm Ich kann es aber gerne bauen Was für ein Deck sollen wir uns denn noch machen Hm Ja da Poupade Ne nicht Apu Das hat Max heute gepostet Ja ich glaub Ja stimmt Das ist dann Ja aber er ist ein Camelan Nick Pirate Warrior ist OP Ja komm Dann machen wir uns den auch mal Kann ja nicht schaden Warrior Damit hab ich eine lange Zeit gespielt Hab ich ewig nicht mehr gemacht Das wird man sehen So N Sotz Jetzt steht natürlich nicht bei Ob die Was ist denn das für ein Name N Ah da Zweimal Den hab ich aber nur einmal Crafting Time Na gut Der kostet 40 Da tut nicht weh Hab ich den jetzt schon zweimal drin Nee Doch hat er Hat er zweimal drin So Patches Den hab ich ja gezogen In Golden Oh Baby Okay Sir Finlay Okay das kann sein Dass der mir noch fehlt Der fehlt mir noch ne Okay dann können wir das Deck noch nicht machen Ich hab Darauf will ich ja jetzt gerade abzielen Dass wir ähm Pass auf Ne wir machen folgendes Wir versuchen jetzt erstmal mit meinem Jade Droiden Und mit dem Secret Paladin Die Adventures Boah jetzt hab ich schon wieder auf Ja gedrückt Ach komm Sch Du hast denn den Golden Ja ich hab da den Golden Junge Geil oder So Solo Adventures Es ist soweit Wir gehen zurück In die Liga Der Explorer Der Entdecker Die Entdecker League of Explorers Wir haben jetzt alles auf Englisch Es geht Es geht los Ähm Ich weiß nicht wo ich aufgehört hatte Wir hatten Orsis schon Uldermann haben wir schon Wir waren glaube ich Ja wir waren glaube ich im letzten Teil Ah ne hier Stimmt Und da kriege ich nämlich die Karte Die mir fehlt Ich weiß nicht mehr was die gemacht hat Die hat mich so oft zerstört Ich weiß es nicht mehr Wir machen es einfach mal Ähm Was würdet ihr sagen Paladin oder Droide Entscheidet euch jetzt Ich trinke mal ganz kurz was So Jetzt so langsam sollte meine Antwort von euch kommen Oh Warte ganz kurz Ganz kurz für euch Die hat gerade gespielt Das war jetzt nicht so interessant Tut mir leid Droide Okay Yada Pupa Oh lol Ne so kann ich hier nicht reingehen Der heißt Yada Pupa Oder was habe ich ja geschrieben Das tut mir sehr leid Den Warrior Den kill ich nochmal Das muss das Yada Pupa E So Back Ha Solar Adventures Okay Choose Lady Nutz Ja So ah ne warte Ich guck mal Ich informiere mich gerade ganz kurz Was hat die für eine Fähigkeit Replace all minions with new ones That cost one more Okay Ich bin bereit Der hat ja voll den lustigen Akzent in Englisch Okay Ich hab keine Ahnung wie man das Deck spielt Ich geh jetzt einfach mal voll Mit vollem Karacho rein Halt dein Maul Achara Wer geht noch an der Achara Ich nehme mir nochmal ein Ein lustiges Brötchen Was ich so nebenbei schnabulieren werde Lecker lecker Oh Okay Es geht schon wieder los Ich mach mich schon wieder fertig Warum kosten meine So Jetzt halt Man dauert gegen Haha Aber der geht immer nur auf mein Gesicht Ist die dumm Ah Ich bin Toll! Hä?! Komm nie! Das macht man normal. Und er hat mich gerade echt verarscht. Ja, ihr habt ja alle Druide gesagt. Weil ich brauche ja kleine Minions. Und jedes Mal, wenn der Paladin einen legt, ist er dumm. Ich gucke mal, ob ich ein kleineres kriege. Ja, ist viel besser. Boah, alter ey. Ne, komm! Ne! Pass auf. Oh, jetzt hab ich das Spiel beendet. Ich nehm den Paladin. Das macht doch wirklich keinen Sinn, oder? Hm. Mh. 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 Nochmal. 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 So, wir beginnen jetzt hier mit dem Solo-Adventure. Blablabla. Blablabla. Paladin. Wir müssen uns auf unsere Pflege und wegziehen. Im ersten Platz. Mh. 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 Mh.